Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Da kam gerade, waren wir angerauscht. Ja, ähm, leider sind letzten zwei Tage, beziehungsweise letzte Woche halt zwei Tage ausgefallen, da YouTube mir einen Strich durch die ganze Rechnung gemacht hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, die haben mir einfach die ganzen Videos sozusagen als Fehler angezeigt und ich hatte Probleme mit den Videos nachzubekommen. Und ich hatte so Minecraft etc. alles da, aber so Donkey Kong hatte ich nicht mehr da, weil ich auch immer so knapp und aufnehme. Das ist ganz, ganz passt circa. Und, äh, diesmal meint er es, Nein zu sagen. Und, äh, wo wir heute hinwollen, ist, äh, oben ins Labor unseren altgeschätzten anderen Donkey noch zu besorgen. Denn, es scheint sich langsam, aber sicher auch dem Ende zu wirken. Jetzt muss ich nur schauen, wie kommen wir nach oben hin. Da kommen wir nach oben hin. Weil das ist der letzte Donkey, der fehlt, der uns sozusagen alles, was wir brauchen, vervollständigen würde jedes Mal. So. Geöffnet hatten wir ja letztes Mal, es hat 15 Bananen gekostet. Und ich mach das so, ich werd das ganze Labor beenden, weil ich alle Donkeys habe. Und, ähm, wir werden dann nach und nach wieder erstes Level, zweites Level, drittes Level durchgehen. Und dann schauen, was da so abgeht. Das ist mir jetzt mit dem Lechttypen hier. Alter, könnt ihr mal sterben, oder so? Geht da nicht. Naja, wir müssen uns ja mal ein bisserl auffüllen. Willi. Okay. Was macht das Knöpken hier, wenn das für uns ist? Rechts runter. Ah. Haben wir Zeit, oder ist das einfach offen? Scheint da offen auf zu sein. Nein. Ich werd jetzt immer nach und nach jetzt alles wieder... Hopp. Durchgehen hier. Müssen wir mal ein bisschen umschauen, was, wie was läuft. So eine Glasscheibe. Nö, da ist die Glasscheibe. Müssen wir mal ein bisschen runtergucken. Okay, da hängen auch noch überall Bananen. Ich werd gerne an der anderen Seite nur lang gehen. Folgen werden hoffentlich diesmal passend laufen. Das heißt, äh, das heißt, äh, also Zika, zehn bis zwölf Minuten. Hatte ich die, die die eins aktiviert? Geht. Okay, wir werden die eins aktiviert. Ein Sammler natürlich. Da ist ein Tor, okay. Okay, da ist was zum Drehen. Das heißt, wir müssen die eine Seite lang. Wir müssen uns vormerken. Hier ist noch Tiny, da ist blau. Wir können natürlich jetzt rausgehen und reingehen. Das ist aber ein bisschen blöd. Das glaube ich, das ist eigentlich das, warum ich nicht. Ich bin sensibel. Ja. Schauen wir uns das ganze Spektakel. Ganz Spektakel. Eigentlich wollte er gehen immer da durchgehen, aber ich glaube, das ist nur für die anderen Fotos. Können wir nochmal einsammeln. Sonst haben wir einsteiniges. Ah, hier ist ein bisschen mit der Kamera ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ach. Mal schauen, wie viele Bananen wir diesmal hier brauchen. Okay, wir sind in der Produktion. Das ist der rote Donkey. Und da ist die Nummer 4. Okay. So ein bisschen durchchecken, wie was abgeht. Okay, das ist auch noch nicht aktiv. Aber wie gesagt, einmal... Okay, wir können da vorne durch. Da werden wir noch oben geschossen, in die Hallen, okay. Ah. Banana. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Ring nehmen, aber ich will die Bananen jetzt haben. Und jetzt. Oh. Ich habe den Ring noch nicht getroffen, aber es aktiviert sich jetzt. Ein Spielautomat? Donkey? Oh nice. Können wir so ein altes Spielautomat spielen? Ich bin natürlich frei an Lila. Oh ja. Was ist die? Ah, hier habt ihr. Ah, hier habt ihr. Oh, hier sind es alle. Und da muss ich was zum Wechseln. Da ist man... Wo soll ich das auch? Vor allem jetzt mal mit Donkey, guck mal an. Das kann doch passieren, dass einfach, wenn ich mit einem reingehe, dass er für alles aktiviert muss. Okay, hier ist nichts mehr für. Ich werde jetzt mit allen auch reingehen. Sicher, sicher. So, dass sage ich auch hier... Musik... Beziehungsweise meine Musik aufladen kann einmal. Okay. Äh, Didi... Dann werde ich mit... Ich werde jetzt einmal im Kreis gehen und gucken, wenn ich jetzt... Ich nehme, glaube ich, Lenky, weil Lenky hier gerade blau hat. Aber ich könnte auch die... Das ist gerade ein bisschen... Äh, eine Überlegungssache. Und ich muss mal auf den Part achten. Okay. Na, das können wir ja schon mal machen. So, haben wir das. Also jetzt zum Ende hin machen wir jetzt mal eben alles gucken, was wir noch machen können. Okay. Da haben wir auch nichts mehr. Jetzt bin ich jetzt gerade ein bisschen eintönig. Aber das macht nichts. Ja, wir können... Ich bin überlegen, oder gehe ich mit Donkey und schaue mir mal alles so an. Nee, da noch mal rein. Das... Den... Den... Den, 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 du, du, du... Weil er müsste ja noch Rennen kriegen, aber kriegen wir es jetzt, äh, hier oder kriegen wir es halt im... Im Pilz-Level. Aber wir müssen halt noch was freischalten. Ah, come on, Lanky. Hast du... Okay. Ich bin auf die Überraschung gespannt. Die er noch für uns hat. Oh, la, ho. Da war wieder ein Grafik-Präder. Können wir mal jetzt hier... Okay, der hat auch nichts mehr. Und schaue ich halt nochmal... Bei ihr vorbei. Weil wir hier vorne blau haben. Das heißt, ich werde Lenky zum... Wechseln? Naja, gib mir wenigstens noch Musik. Den, du, 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 du... Okay. Dann nehmen wir Lenky, den kleinen Lungen. Na, nimm mal auf. Geh weg. Hat der mich gehauen. Na, dankeschön. Ich glaube, ich muss doch mit Donkey Kong rein. Und diesen, ähm... Einen da aktivieren. Das könnte gut sein, oder? Ich muss da hoch. Hier. Was kommt jetzt? Ha, wer ist denn da oben? Ah, nice. Das ist ein Leeladek. Gut, dass hier keine Zeit ist. Schmeiß ruhig. Und... Hoppla. So, ich schaue gerade auf Ruhe. Und ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns sofort wieder. Walter und Donkey Kong 64.